Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Curious Expedition und wir machen gerade weiter mit Expedition Nummer 2. Wir haben 149 Fame und ja, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieses Let's Test, was sich schon zu einem kleinen Let's Play herausgearbeitet hat, aber wir wollen das Spiel jetzt noch ein wenig weiterspielen und dann schauen wir mal, wie sie das entwickelt und deswegen klicken wir mal auf Continue Game. So und wir befinden uns in Südamerika, The Treacherous Drylands, a harsh and desolate area into which only experienced explorers should venture. Tja, das haben wir schon mal gelesen, da wir schon ein wenig erfahren sind, würde ich sagen, legen wir gleich mal los und schauen mal, was uns diese Map alles anbietet. So, das sieht doch ganz gut aus und ja, wir können wieder einmal bis zu vier Units in unserer Expedition mit aufnehmen. Wir haben aber allerdings schon alle vier da und deswegen Deal und weiter geht's und dann schauen wir mal, was wir für unsere 150, knapp 150 Fame alles kaufen. Ich würde sagen, wir holen uns auf jeden Fall nochmal ein First Aid Kit. Das brauchen wir. Neulich mussten wir eins dafür abgeben im letzten Mal und natürlich auch wieder Whisky, mindestens zwei Flaschen. So, wie sieht's denn aus mit Munition? Haben wir noch vier. Das haben wir letztes Mal kein gebraucht. Vielleicht brauchen wir diesmal auch keine mehr, aber unbedingt Torch, das müssen wir einpacken. Da würde ich mal sagen, nehmen wir fünf Stück mit, dass wir auch so ein bisschen was zum Handeln haben. Ja, dann hätten wir noch eins frei. Moonstone könnten wir ja hier anbieten. Genau, super, dann haben wir 199. Ja, dann nehmen wir doch ein bisschen mehr mit, würde ich sagen. Nämlich nochmal eine Flasche Whisky und nochmal ein Medi-Kit, ein First Aid Kit, weil das können wir ganz gut benutzen, um auch zu handeln. Schokolade sollten wir eigentlich auch noch ein bisschen mitnehmen. So, drei haben wir dann. Ein Seil konnten wir neulich auch mal ganz gute gebrauchen. Und jo, dann würde ich mal sagen, könnten wir eigentlich noch etwas anderes mitnehmen, was wir bisher noch nie mitgenommen haben und das auch mal ausprobieren, ob das auch funktioniert. Und zwar hätten wir hier einmal die Fireworks. Very impressive fireworks. Can be used to draw attention away from you during your next leg to move. Undetected through dangerous zones. Okay, dann haben wir hier Climbing Gear. Climbing Gear makes passing through elevated territory much easier. Das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Das packen wir doch einfach mal ein und dann schauen wir mal, ob wir besser über die Berge kommen. Vermutlich geht es darum, dass wir einfach nicht so viel Sanity brauchen, wenn wir durch hügelige Landschaften uns schlagen. Was haben wir denn hier? Machete makes excellent tools for cutting manner of things. They are particularly helpful for traversing jungles. Okay. Natürlich auch nicht schlecht. Und gerade eben hieß es ja, dass wir ein Gelände haben, was eigentlich nur für erfahrene Leute gut ist. Naja, wir nehmen mal das Climbing Gear mit und würden sagen, Deal und good luck from here on. Wir legen gleich mal richtig los. So, und da sind wir auch schon. Und unser Kompass schlägt in beinahe alle Richtungen aus. Relativ weit nach oben und nach links. So, als ob hier bereits irgendwo unsere Pyramide wäre. Das wäre natürlich enttäuschend, weil wir wollen natürlich so viel wie möglich erkunden, damit wir auch ordentlich Fame anstatt bekommen. So, Regans are conquered by using scientific instruments. Okay. 0 von 2. Gain fame by exploring the world and finding the golden pyramid. Fame is investing in buying new resources from the next expedition. Ja gut, das kennen wir schon. Jetzt schauen wir mal, wie es unseren Kollegen hier geht. Einmal claustrophobic. Alles klar. Und superstitious. Haben wir schon eine auch der Folgen mitbekommen. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal hier zu diesem Fragezeichen und checken mal ab, was dort los ist. So, ein paar Experience Points haben wir uns schon verdient. Ein Dörfchen haben wir erfunden. Und ich würde sagen, wir checken das gleich mal ab. Vielleicht können wir ja noch mal so ein Wasserbüffel oder sowas mitnehmen. Gut, also viel können wir nicht machen. Wir können über Nacht bleiben oder traden. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was die so im Angebot haben. Aha, wieder mal eine Hornflöte und Trömmelchen. Trömmelchen. Ja, könnten wir mitnehmen. Könnten wir handeln mit. Aber ich müsste jetzt nicht so unbedingt was mitmachen. Nö. Nö. Finde ich jetzt eigentlich nicht so besonders. Wir lassen das einfach mal so, wie es ist. Ja, und wir ziehen weiter. Schauen wir uns mal hier bei diesem Fragezeichen um. Und da hinten ist auch noch eins. Finde ich natürlich sehr interessant. Vielleicht laufen wir jetzt diesmal gegen den Uhrzeigersinn und arbeiten uns so ein bisschen vor. Unser Kompass hat sich auch schon ein bisschen angepasst mit der Pegelei. Es wird also wunderbar. Und weiter geht's. Hier oben haben wir auch noch was entdeckt. Ah, eine Höhle. Alles klar. Mit der Höhle kommen wir dann von einem Schlag von hier nach dort. Wir haben genügend Fackeln dabei. Könnten wir also nutzen. Hier haben wir jetzt wieder eine Gefahr. Das ist wahrscheinlich wieder ein Löwe oder etwas in der Art. Ein Tiger. Tiger. Genau. Risk Tiger. Das ist 60%. Okay. Dann muven wir uns mal ein bisschen in diese Richtung und schauen mal, was hier so alles los ist. Zunächst sind wir aber... Was war denn hier eigentlich? Nix. Da blubbert es so ein bisschen. Ich weiß nicht, was das ist. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen in diese Richtung. Okay. Jawohl. Da ist ein Tiger. Und das scheint hier ganz schön anstrengend zu sein, durch den Busch uns durchzuarbeiten. Okay. Wir haben es geschafft. Sehen wir durch den dichten Busch durch. Hier haben wir auch noch mal Höhlen. Gut zu sehen. Alles klar. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier auf den Berg hoch. Und wir müssen natürlich immer mit einem Auge auf unsere Sanity gucken. So. Auf dem Berg sind wir wahrscheinlich relativ leicht hochgekommen aufgrund unseres Gears. Und ja. Wir erkunden einfach mal da oben das Land. Ich würde in dieser Folge einfach mal so ein bisschen mehr auch erforschen. Okay. Das war jetzt aber natürlich nicht so gut. Dann würde ich sagen, da hoch geht es erstmal nicht. Wir könnten mal hier langlaufen. Dann lassen wir uns mal auf den Berg gehen. Und unsere Sanity droppt gerade gefährlich. Kann sein, dass wir jetzt zum ersten Mal so ein bisschen in Gefahr kommen. Deswegen gehen wir, glaube ich, gleich mal in die Höhle. Und gucken mal, ob wir uns hier, wo wir hier rauskommen, wenn wir in diese Höhle gehen, würde ich sagen. So. Explore the cave. We approached a cave. The entrance led deep into the darkness. We would need a torch in order to venture into its depths. Kein Problem. Kennen wir schon. Und explorieren wir mal diesen Cave. Oh. Schöne Malereien an der Wand. Das sehe ich zum ersten Mal. We lit a torch and descended into the darkness. After a short while of treating carefully through the darkness, we arrived at a cave. Section whose walls were covered with perfectly conserved prehistoric paintings of great scientific value. We made sure to document them for later research. Okay. Hier geht es nirgendwo lang. Einfach nur eine schöne Höhle mit schönen Gemälden dran. Sicherlich aus wissenschaftlichen Gesichtspunkten sehr interessant. Und wir haben ja Aufzeichnungen gemacht. Das heißt, wir können jetzt schön weiterziehen und lieben mal diese Höhle. So. We moved on. There were more adventures awaiting us. Wunderbar. So. Wir haben nur noch 23 Sanity. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal ein Schokolädchen. Das brauchen wir, glaube ich, auch dringend. Und move mal kräftig weiter. Denn, okay, 19. Das haben wir, glaube ich, bitter notwendig. Ich würde mal sagen, wir laufen hier auf den Hügel. So. Und unsere Sanity droppt und droppt. Das wäre das erste Mal, dass wir überhaupt Probleme bekommen mit unserer Sanity. Deswegen schauen wir mal. So. Aber wir haben was Interessantes gefunden. Und zwar eine Handelskarawane. Sehr interessant. Und da würde ich sagen, wie viel brauchen wir da? Sehe ich nicht. Oh. Tote steht hier. Wenn wir dahin laufen, sind wir tot. Also erst mal noch mal eine Schokolade. Delicious. Und gehen wir zur Handelskarawane und hoffen, dass wir unsere Sanity ordentlich aufladen können. Approach Trader. So. Das ist auch das erste Mal, dass wir einen Trader sehen. Sehr interessant. Sehr cooles Zelt, das er hier aufgebaut hat. A trading caravan had set up camp here. The mysteriously dressed trader had a lot of valuable goods on offer. All of them had undoubtedly been used before, probably during other unsuccessful expeditions. Okay. Ich dachte, wir könnten unsere Sanity dort aufladen. Sieht aber nicht so aus. Und wow. Okay. Es gibt viel Schokolade. Und ich würde sagen, wir kaufen mal ein bisschen Schokolade. What? Okay. 108. Das ist ein bisschen much. Too much. Dafür, dass wir eben eigentlich auch nur... Hm. Okay. Ich glaube ja, wir könnten tatsächlich den Whisky selber nehmen und selber trinken. Und dann haben wir, glaube ich, mehr davon. Wir werden das gegen Schokolade eintauschen und das dann nehmen. Deswegen würde ich sagen, trinken wir mal. Jawohl. Sanity. Wunderbar. Genau. So. Da haben wir noch mal ein bisschen Puffer. Und dann gucken wir mal, was wir hier bei dem Fragezeichen aufzudecken haben. Nix. Okay. Das ging mal nach hinten los. Und hier haben wir jetzt auch eine schöne Gefahr. Nämlich hier kommt wahrscheinlich wieder ein Tiger. Und da ist wahrscheinlich auch ein Tiger. Aber wir müssen dahin. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Manchmal muss man einfach einer Gefahr ins Gesicht blicken. Wunderbar. Wir haben ein Schrein entdeckt. Außerdem Johanns Petite Tender Dragonfly. Eine kleine, geschmeidige Drachenfliege. Falls man das so übersetzen darf. Die Biologen werden uns wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber so ist das, wenn man keine Ahnung hat. Examine Schrein. We approached what appeared to be a decrypt shrine. The natives of the region had placed several sacrificial offerings on the outside. We found a stone, a portal which led inside. Und wir entern natürlich den Schrein. Und das sieht so aus wie jeder andere Schrein bisher auch. It was a truly awe-inspiring place. We found a magical artifact resting on top of an altar in the middle of the room. So, wir investigatieren natürlich wieder und finden wieder mal einen Stein, der uns gleich auch mal vier Reputationen kostet. Aber mit diesem Stein können wir Dinge handeln, die wir vermutlich auch brauchen, weil wir fast überhaupt gar keine Sanity mehr haben. Deswegen, let's go. Und ich würde sagen, wir schnabulieren auch gleich mal einen Whisky. Wunderbar. Und laufen mal Richtung Höhle. Puh. Okay. Und verstecken uns gleich mal in der Höhle, bevor der Tiger uns wegschnabuliert. Uns der Tiger wegschnabuliert. In der Hoffnung, dass der die Höhle uns irgendwo hinbringt, wo es vielleicht ein Dorf gibt, wo wir uns ein bisschen ausruhen können. So. We approached a cave. The entrance led deep into the darkness. We would need a torch in order to venture into its depth. Noch drei Höhlen und ich kann den Text auswendig. Oh. We were surprised to see that this was just the beginning of a long underground tunnel. Das war meine Hoffnung. Und let's explore the tunnel. We explored vast caverns and twisted corridors. I don't remember how many hours we ventured on, as I lost all sense of time and space. We were all relieved when we saw a beam of light shining from an exit. So. Und dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. We moved on. There were more adventures awaiting us. Ein Träubchen. Wo sind wir denn? Da oben sind wir. Hossa. Okay, da haben wir uns ja wirklich ordentlich vorwärts bewegt. So. Und was haben wir hier? Hier haben wir einen Shrine. Hier oben haben wir vermutlich auch noch irgendetwas. Ich würde dort am liebsten als erstes mal hingehen. Zumal unser Kompass so ein bisschen Richtung Norden ausschlägt und wir suchen natürlich noch ein Dorf. Das heißt, wir laufen jetzt mal in diese Richtung. Bling. Was haben wir gefunden? Rock Formation. Thick Drylands Jungle. Schön. Wir haben jetzt tolle Experience-Punkte dafür bekommen, aber leider nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt wieder etwas verschnabulieren müssen, nämlich etwas Schokolade, würde ich mal sagen. Und dann reisen wir mal zu diesem Fragezeichen. Wir brauchen dringend etwas um unser, ja, was haben wir denn hier? Explore the Node. Das ist sehr cool. Und unsere Sanity, die droppt und droppt. Dieses Mal läuft es nicht ganz so gut, aber das muss ja auch mal sein. So. Explore the Node. We inspected the mysterious well. It was gigantic and had a diameter of about 30 feet and numerous ritualistic carvings were on its wards. The water was marky brown, so we could not catch a glimpse of the bottom. Look into the well at night. Das war mein Matun. We waited until nightfall and took another look deep into the well. We did not know how, but we could make out reflections of a distant temple in the water and voices seem to speak in our head in unknown yet recognizable tongues. Etwas sprach zu uns in unbekannten Zungen und wir kontinuieren mal, haben einen Tag, einmal standing und sogar XP verloren, okay, aber kein bisschen an Sanity hinzugefügt, was natürlich echt total schlecht ist. Okay, wenn wir da hinlaufen, sind wir tot. Wir müssen, glaube ich, unseren letzten Whisky zu uns nehmen und hoffen einfach mal, dass wir bald mindestens ein Dorf finden oder die Pyramide finden. Und tata, wir haben die Pyramide gefunden. Was für ein Glück. Das war eigentlich eine ganz flotte Runde, muss ich sagen. So. A good brand hat hier jemand bekommen, ja. Und Nazarudins Artful Mild Flyer. Sehr cool. So, warum haben wir eigentlich hier so Plusse oben drauf? Weil wir die updaten können, vermutlich. Weil wir 8 XP haben. Wunderbar. Wir explorieren einmal unsere Pyramide. Jawohl. Enter the Pyramid. Und wir bekommen einen weiteren Perk. Den Jungle Explorer. Die Good Reputation. Das ist sehr gut. Und Waterproof. Reduced Movement Costs in Shallow Rivers. Auch schön. Ich würde ja mal sagen, wir nehmen den Jungle Explorer, weil wir explorern ja ziemlich viele Jungles. Und dafür ist das, glaube ich, ganz gut. Können wir gut gebrauchen. Deal. Good luck on your future expeditions. Wunderbar. Success. Das war eine schnelle Runde, muss ich sagen. Current Fame. 44. Golden Pyramid. 150. 6 Butterfliegen haben wir gefunden. Das ist fein. Und wie viele Tage haben wir gebraucht? 80 Tage. Auch wirklich. Haben wir wirklich lange dafür gebraucht. Kam mir gar nicht so lang vor. Okay. Finish Expedition. Und damit sind wir hier durch. Wunderbar. Und ich würde sagen, hier schließen wir auch diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Safe and Exit machen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe von The Curious Expedition. Bis denn. Tschüss. Achso. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ansonsten gerne auch abonnieren. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen.